Waffen zu beschaffen Das hat es noch nie gegeben. Jede Bürgerkriegsarmee hat ihre Waffen. Und auch Leute, die nicht wussten, woher sie sie bekommen haben, im Moment, wo sie es gebraucht haben, haben sie es bekommen. Das ist sicher kein Problem. Nötigenfalls knackt man eben in einer Polizeistation dann. Wenn die Gewalt dermaßen eskaliert ist, ist das auch schon wurscht, dann ist das auch egal. Das ist sicher, dass die Waffen zu verabschieden sind. Musik Spoboda za vzien ľudí na světu 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 Spoboda za vziení na světu Spoboda za vziení na světu Spoboda za vzienu Schwab da! Samt 7, Juni! Na Svetu! Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018